Willkommen zu einem neuen Video von heimnetzwerk.com. Heute zeige ich dir einmal, wie du den Ressourcenmonitor unter Windows 11 aufrufen kannst. Für alle, die nicht wissen, was der Ressourcenmonitor ist. Der Ressourcenmonitor, den du hier siehst, ermöglicht dir, mehrere Informationen zu Prozessen bzw. laufenden Prozessen auf deinem Computer zu erhalten, wenn diese einmal Probleme verursachen sollten. Unter Windows 10 konntest du den Ressourcenmonitor relativ leicht aufrufen, da er an jeder Stelle im Task Manager zur Verfügung stand. Mittlerweile ist Microsoft diesen etwas versteckt. Du kannst ihn weiterhin über den Task Manager aufrufen. Dazu öffnen wir mal kurz den Task Manager. Im Task Manager begibst du dich in den Menübereich Leistung und dann findest du hier ganz rechts oben drei Punkte. Hinter diesem verbirgt sich jetzt der Ressourcenmonitor und auch nur hier. Keiner anderen Stelle wird den Task Manager eine Verlinkung zum Ressourcenmonitor angeboten. Du kannst aber auch direkt das Suchfeld von Windows 11 nutzen und hier Ressourcenmonitor eingeben. Dann erscheint ebenfalls das Programm Ressourcenmonitor. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Video. Thomas von heimnetzwerk.weblandesweb.com